Hier ist die Harke, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Jörg Nierzwicki und dies sind die Themen für Donnerstag, den 28. September. Flüchtlingshelfer aus Nienburg unterstützen Belutschen. Sie haben eine Protestnote an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geschrieben und der Familie Baloch einen Anwalt besorgt, damit die Eltern mit ihren beiden Kindern nicht nach Pakistan zurück müssen. Gut zwei Monate vor Beginn der Adventszeit laufen die Planungen für den Adventszauber an der Nienburger Martinskirche bereits an. Das Grundkonzept samt Eisbahn soll bestehen bleiben, aber auch leichte Änderungen sind vorgesehen. Damit hatte keiner gerechnet. Der Schulausschuss im Flecken-Steierberg hat sich am Dienstag für den Erhalt der Grundschule Depplinghausen ohne Wenn und Aber ausgesprochen. Die kommissarische Schulleiterin Frauke Lohmeier kritisierte das. Sie plädierte für eine Schließung im Sommer. Der Bericht von Angelika Becker zur Lochfraßuntersuchung, an der auch der Wasserverband an der Fürse teilgenommen hatte, ist da. Das Ergebnis, Korrosion an halb harten Kupferrohren, ist nicht ursächlich mit der Trinkwasserbeschaffenheit verbunden. Zuspricht. Das dritte Voltigier-Turnier der RG Bücken-Wiezen wurde jetzt erstmalig als Kreismeisterschaft des Kreisreiterverbandes Nienburg für Nachwuchsgruppen, Duos und Einzelvoltigierer präsentiert. In eigener Halle strich die RG Bücken-Wiezen viele Medaillen ein. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Harke am Donnerstag oder unter www.dieharke.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter der Quellenangabe Die Harke weiterverbreitet werden. Die Harke weiterverbreitet werden.